So, dann machen wir gleich noch eine Folge heute. Wo müssen wir denn lang hier? Äh, hier durch. Und ich hoffe, wir überleben wieder so schön. Wie soeben. Naja, was heißt überleben? Wir sind ja doch öfters mal draufgegangen. Das habe ich aber nicht mit aufgenommen. Das wollte ich echt nicht antun, also. Das muss nicht sein. Was tun wir denn? So, wir sollen mit dem Aufzug rumkutscheln jetzt. Aufzug. Was nehmen wir denn für Abteil? Ach so, das geht ja egal. Irgendwann, das müssen wir nehmen. So, der Prima, wa? Ich meine, Inventar ganz schön aufräumt hier, ey. Wahnsinn. Ich bräuchte trotzdem mal wegen Munition noch. Aber okay, das muss man halt erst mal gucken. Ähm, vom... ...Dent her... ...Dent her... ...Nicht schlicht. Na ja, trinke ich mal einen Schluck eben. So, mal jetzt wieder runterfahren Oh, danke Ach, ist das auch mal schön Kostet ja nichts, ne? So, bin auch gespannt Wie es wahrer geht hier Ich weiß nicht, ob das Kapitel mal Irgendwann ein Ende hat Puh, sind wir jetzt wieder gelandet So, wollen wir hier schon mal? Weiß ich jetzt nicht Auf jeden Fall ist es hier Ähm Nicht gerade schön, ne? Was ich mal sagen darf Ach, mei Ich hab das Kapitel abgeschlossen Ich glaub's kaum Was ist denn hier? Sie reden? Nein, nicht schlecht Es wäre aber lieber, wenn ich hier mal ein bisschen Muni bekomme Noch schnell, aber okay Was es nicht ist, kann ja noch werden So, wollen wir uns mal das neue Kapitel Reinstürzen hier, ne? Ach, die meine Güte Wahnsinn Kapitel 6 Gefahr Für die Umwelt Abgeschlossen Jetzt sind wir ja noch sechs Kapitel Vor mir ein So, was haben wir jetzt? Jawohl, da wollen wir es hin speichern Ja, bitte beschreiben So, Kapitel 7 So, Kapitel 7 Ins leere Uiuiui, soll das jetzt sein, Mensch Ins leere Bin ich ja gespannt jetzt Ein bisschen fangen wir das noch an Dann Sehen wir weiter, wa? Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck, du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten Okay Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage Naja, also ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch ertrage Das war Scherz So, dann gehen wir mal rein hier Bis zum nächsten Speicherpunkt, wa? Ins leere Standort So, schauen wir mal, was haben wir hier, gell? Das ist auch immer gut Da hinten ist eine Türe So, hier ist ein Feuerlöscher, auch nicht schlecht Oh, was ist denn hier? Ein Energieknoten, oder was? Ja So, ein Energieknoten So, jetzt haben wir natürlich hier, äh, geht es weiter, würde ich sagen Halt Bin jetzt gespannt, was mich jetzt hier mit dieser Dürer erwartet hier Juck, stimmt nichts Gutes, wa? Schauen wir mal Aber ich glaube, hier ist es still bis jetzt Ne, weiß man nicht, ne? Weiß man nicht, weiß man nicht Ah ja, ich denke, hier ist es ganz still Können wir mal weitergehen Was ist denn das? Medibag, jawohl Immer gut Medibags sind immer gut Dann tun wir mal die ganzen Dinger hier auf Machen hier Nebenwahl alles mit, was mitzunehmen ist Ich hoffe, es kommt nichts geschossen hier Aus irgendeinem Wind oder so Was ist denn das hier? Sehr schön, sehr schön Noch irgendwas hier Oh, die Geräusche, ey, das ist immer, gell? Also, machen wir halt, ey, hier ist ein Aufzug So, was gibt es hier Schönes? Geld, jawohl Ach, immer schön, wenn man zwischendurch mal ein bisschen Ein bisschen hier ein Inventar auffüllen kann Das ist nicht schlecht, ne? Oh, eine Werkbank ist auch nicht schlecht Da werden wir gleich mal Gucken, wo wir unsere Knoten loswerden hier So, also hier Das ist Missstrahlenkanone, ist ganz gut Da, was haben wir denn hier? Kapazität Schaden ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber dann müssen wir Aus hier her Na gut, dann machen wir erstmal Kapazität Und dann gehen wir hier weiter zum Plasma Cutter Was soll man da anzubieten? Schaden wäre ganz cool Und dann Was ist denn das hier? Nachladen Hm, Dembo Und dann machen wir nochmal die andere Die Strahlenkanone Und dann nehmen wir jetzt hier diesen Punkt Und dann gehen wir das nächste Mal zum Schaden rüber Genau Sehr schön Haben wir's doch Sobi So, jetzt haben wir jetzt hier noch Schönes Da hinten haben wir alles Okay, hier ist das Regal, ist leer Schade, Mensch Ist das wieder leer Hier ist nix mehr Da geht's weiter Aber ich hab ehrlich gesagt Gar kein Bock weiter zu gehen Hab Angst, ich trau mich nicht Ich geh mal schnell in den Shop rein Guck mal mal Gibt's irgendwas Neues oder so? Ne Gibt's eigentlich schon lange nix mehr Neues, ne? Was denn das ist hier? Das hab ich noch gar nicht gekauft Energiekanone Achso, ne, Quatsch Wo bin ich denn jetzt gewesen? Ach ne, das passt schon Bescheuert Ne, da gibt's nix mehr Neues, ne? Dann ist das okay Inventar Haben wir auch nix zum Verkaufen Ne, da lassen wir das Wie's nicht so geht, ne? Können wir das mal abspeichern Zack, zack Hier Gut, und dann werden wir halt Das mal beenden Ist halt ne kurze Folge Ist ja nicht so schlimm So, bis dennne Tschö